Es ist ein absoluter No-Brainer, kann jeder komplett umsetzen und jetzt haben wir noch mehr als 30% der Sparnis bei jedem zusätzlichen Kunden, der reinkommt. Und das Schöne ist, der kauft ja wieder. Dann ist es noch profitabler. Es sind dann eher 50, 60%. Ab dem Umsatzlevel ist es halt extrem relevant, um nachher dafür zu sorgen, dass du halt wirklich profitabel skalieren kannst und einfach dein Rohr steigt und dein Cost Per Acquisition dann nachher sinkt. Und wenn man das ignoriert, dann wird es einfach nicht passieren. Und das ist eigentlich ein super simpler Trick, oder? Den kann faktisch jeder machen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast. Ich habe heute mal wieder einen wunderbaren Gast mit dabei, den Michael Kern, aus Stuggi hergefahren. Ich kann nicht verhindern, dass wir das eine oder andere Mal auf Schwäbisch switchen. Können passieren, ja. Können passieren, aber ich komme. Und wir sprechen heute über ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir sprechen über E-Commerce-Wachstum, über Skalierung, über steigende Neukundenpreise und wie man die bis zu 30% reduziert. Oder auch mehr. Oder sogar noch mehr. Super spannende Folge, viel Spaß und erstmal herzlich Willkommen, Dio und Michael. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Du warst ja super flott auch hier, gell? Du bist ja von Burladingen? Nicht von Burladingen tatsächlich, also da komme ich ursprünglich her. Da sind auch die ganzen Firmen ansässig, aber mittlerweile lebend in Stuttgart oder im Raum Stuttgart, in Mitte von der Weinberg-Region tatsächlich. Sehr schön. Am besten Wein in Deutschland kommt ja aus dem Raum Stuttgart, das weiß kaum jemand. Und keinen Staukapp, dann als er in eineinhalb Stunden hier gewesen ist, einfach durchgeheizt. Durchgeheizt, wunderbar. Und vielleicht der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer weiß, ich komme ja auch aus der Ulmer-Gegend, also ich komme auch Schwäbisch-Schwäzer. Manchmal kommt es durch, aber ich bin professionell und lasse es eher auf Hochdeutsch. Und ja, zum Einstieg, ich würde gerne mal damit einsteigen, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist ja ein erfolgreicher Unternehmer, du hast nicht nur ein Geschäft, nicht nur ein Business. Was machst du eigentlich alles so? Ja, also stelle ich mich kurz vor, ganz klassisch. Ich bin Michael Kern, bin 31 und komme eigentlich ganz klassisch ursprünglich aus dem B2B-Bereich. Ich habe irgendwann mal Wirtschaftspsychologie studiert. Also komme eigentlich aus dem Psychologischen. Und mein Vater ist auch schon Unternehmer, muss man sagen. Also wir sind eigentlich eine ganze Unternehmerfamilie. Der hat sich ursprünglich mal selbstständig gemacht, aus der Not heraus damals. Und ja, so einen Industriebetrieb aufgebaut. Wir machen sogenannte Spindelreparatur eigentlich. Was ist eine Spindel? Eine Spindel ist praktisch das Herzstück von jeder CNC-Bearbeitungsmaschine, kann man sagen. Ja, in der Industrie, also Kunden im Bereich Automobilzulieferer, Großkonzerne, Mittelstand, überall, wo gefräst wird. Ja, Uhren werden damit hergestellt, Autos, Flugzeuge und so weiter und so fort. Genau. Und in dieses Geschäft bin ich dann vor neun Jahren eingestiegen, nach Florida und so weiter. Warst du 22? Da war ich, genau, da war ich 22. Weil es ging halt darum, okay, macht man das jetzt weiter oder nicht? Wir waren damals extrem krass von Großkonzernen und so weiter abhängig. Und ich hatte halt die Expertise im Bereich Online-Marketing hauptsächlich, Digitalisierung und so weiter. Und das habe ich dann dort mit einbringen können, dieses ganze Know-how, um das eben nochmal maßgeblich nach vorne zu bringen. Und daraus eben aus der gewonnenen Sichtbarkeit und der Erfolgen dort sind auch weitere Unternehmen dann entstanden. Unter anderem auch noch eine Agentur, die ich dann gegründet habe 2018. Und ja, zur ungefähr selben Zeit, also so 2018, 2019, haben wir dann auch noch weitere Unternehmen in der Familie gegründet. Nämlich meine beiden Schwestern, also Adina und Christina. Shoutout. Shoutout an meine beiden Schwestern. Haben dann auch in einer recht interessanten Phase noch ein E-Com-Business gegründet. Also eine ganz klassische E-Commerce-Brand namens Lock & Box. Lock & Box. Und da sind die beiden natürlich auch Gründerinnen und Geschäftsführerinnen, aber da bin ich strategisch beteiligt und auch involviert seitdem. Also hat sich da nichts dran geändert. Und immer wieder viel im Austausch. Aber aufgrund der Umstände damals hat die ganze Familie voll mitgezogen. Das könnte ich aber gleich auch noch erzählen. Also sozusagen in verschiedenen Bereichen unterwegs, kennen die B2B-Seite über den Industriebetrieb, die Agentur-Seite und natürlich auch jetzt in den letzten Jahren verstärkt die D2C-Seite, also die E-Commerce. Ja, also alle Bereiche in der Herausforderung, die man so hat in der Skalierung, haben wir mal durchlebt. Und so dein übergreifendes Thema ist dann quasi, du hast gerade erwähnt, Online-Marketing, wahrscheinlich auch Strategie, wie kann man die Firma größer machen, Wachstum, Skalierung, das ist so, wo deine Kernkompetenz. Genau, also digitaler Vertrieb, Online-Marketing, ja, also bin jetzt Geschäftsführer eben im Spinneservice und in der Agentur und eben strategisch sehr stark involviert in der Lock & Box. Alles, was mit Online-Strategie, Skalierungsstrategie zu tun hat, ja, in dem ganzen Bereich. Ja, natürlich, aber eben auch sehr, sehr viel vertrieblich unterwegs natürlich. Yes, sehr, sehr cool. Ich würde super gerne auch über die ganzen Dienstleistungsgeschäft sprechen, auch über das B2B, ist für mich persönlich natürlich auch ultra interessant. Für die Zuhörer, die jetzt auch gerade zuhören und zuschauen, ist natürlich das Thema D2C, also E-Commerce extrem spannend. Ja, das steckt sogar schon im Titel E-Com Secrets, alles rund um E-Commerce, da habe ich noch mitgedacht damals. Auf und zu. Deswegen, ich glaube, für uns ist es gerade extrem spannend, mal über das Thema Lock & Box, über diese Marke zu sprechen, über deine Schwestern, vielleicht kommen die auch mal vorbei. Haben sie schon gesagt, die werden auch mal hierher kommen. Eine offizielle Einladung jetzt über diesen Wege. Jetzt könntest du nicht mehr Nein sagen, ja. Jetzt könntest du nicht mehr Nein sagen, sonst gibt es Ärger. Und ihr seid ja auf einem guten Wachstumskurs. Vielleicht kannst du noch mal kurz reingehen, was genau ist die Lock & Box? Was macht ihr da? Ja, die Lock & Box hat sich tatsächlich aus einem Problem heraus entstanden. Also beide Schwestern haben starke Locken, sehr schöne Locken natürlich auch und entsprechend Locken brauchen sehr viel Pflege. Ja, also haben die immer relativ viel Geld für Lockenprodukte ausgegeben, für Lockenpflege, um einfach mal die Produkte zu finden, die dann halt perfekt für die Haare auch passen. Ja, und irgendwie hat sich das dann extrem summiert. Und meine Schwester dachte sich dann irgendwann mal, hey, es muss doch irgendwie eine Lösung geben, schneller an die Produkte zu kommen, die ich wirklich brauche, die meinen Haaren wirklich gut tun, sodass dann auch andere Frauen oder dass ich selber weniger dafür ausgeben muss und aber schneller die Produkte habe, die ich auch wirklich brauche und nicht das Zeug im Supermarkt und beim DM und so weiter. Jetzt ist nichts gegen der DM, aber kriegt man halt nicht die Produkte, die man da braucht. Ja, und dann hat sie diese Idee tatsächlich während der Schwangerschaft entwickelt. War währenddessen auch noch schwanger, ja, und hat sich dann gesagt, okay, hey, das wird jetzt einfach gemacht, ja, das hat sie dann einfach gegründet. Richtige Macherin. Richtige Macherin. Meine andere Schwester, also Christina, die haben das dann zu zweit 50-50 gemacht, die war währenddessen noch im Studium, hat hier in München tatsächlich an der LMU auch Wirtschaft studiert und war eigentlich auch eingespannt, musste Prüfungen machen und so weiter und so fort. Aber hat sich dann eben gesagt, okay, sie kümmert sich um den ganzen Bereich Social, also Social Media und so weiter und Adina halt um die ganzen Lieferanten, um die Produktrecherche und letzten Endes auch um das ganze Management drumherum. So, naja, und so hat sich das dann, sag ich mal, entwickelt. Ich glaube 2019. Okay. Genau, hat man es dann angemeldet. Ja, und kann man sich ja vorstellen, schwanger und dann muss man sich auch noch um ein paar andere Sachen kümmern. Ja, und entsprechend hat dann natürlich die ganze Familie extrem mitgezogen. Meine Mutter war involviert. Wir haben dann am Anfang, weil man musste ja erstmal einige tausend Produkte auch irgendwie bestellen. Man hat Lieferantenrecherche gemacht, geguckt, hey, welche Produkte erfüllen die höchsten Qualitätskriterien? Und das war eigentlich so auch einer der Hauptfaktoren, warum es jetzt heute so erfolgreich ist, weil die Produkte und auch das ganze Konzept einfach extrem hochwertig ist. Ja, es ist eine Abonnementbox, das bedeutet, man hat die Möglichkeit, jeden Monat praktisch sich so eine Box zukommen zu lassen. Da sind immer vier bis fünf unterschiedliche, sehr hochwertige Lockenprodukte drin. Man zahlt auf, ich glaube, 31 Euro sowas mit Versandkosten sind inkludiert oder 31,90. Jetzt nicht mich an die Wand nageln, wer jetzt mittlerweile wer ist. Ich habe vorhin auf der Website auch gesehen, man zahlt quasi diese 31, 32 Euro und im Wert von 70 Euro sind da Produkte drin. Richtig, genau, man hat einen deutlich höheren Wert und in der Regel nach ein, zwei Monaten oder auch im dritten Monat hat man in der Regel die Produkte gefunden, die man auch wirklich braucht und die halt wirklich auch geil sind für die Haare. Es sind auch schon, ich glaube, über 12.000, 13.000 Testimonials, also wirklich Frauen, die dann Bilder von ihren Haaren geschickt haben und gesagt haben, hey, das ist vorher, nachher unfassbarer Effekt. Ich habe endlich die Locken, die ich immer haben wollte und so. Und das war schon am Anfang so und es hat natürlich extrem gepusht, es hat extrem motiviert, dieses positive Feedback zu bekommen. Weil wir haben dann nachher damals den Launch vorbereitet, haben dann auch mit Influencern zusammengearbeitet und so weiter, haben geguckt, welche Influencer passen, haben uns noch nicht so richtig getraut, damals in Ads zu investieren. Na, immer so, man könnte ja Geld verbrennen, es könnte ja nicht funktionieren und so weiter. Ja, ja, man kennt es, die Zuschauer fühlen es. Ja, man fühlt es. Also Influencer-Marketing hat man probiert, das hat dann auch so einigermaßen funktioniert, mal mehr, mal weniger. Auf jeden Fall hat man es mal hingekriegt, für den Start 300 Boxen dann auch zu verkaufen im ersten Monat. Okay. Und dann, klar, alles dann zusammen zu verpacken. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ich glaube für die ersten 200 Boxen haben wir gerade mal zwei Stunden gebraucht. Zack, zack, zack. Mein Vater hat mitgeholfen, der hat sich richtig gefreut, wollte eigentlich gerade Fernsehen gucken, muss dann Boxen packen helfen. Meine Mutter, meine Schwestern und ich haben dann die ganzen Boxen gepackt an einem Nachmittag und ja, so ist das dann, das war dann so der Start von der Erfolgsstory, sag ich mal. Diese, jetzt muss ich da mal nachhacken, du hast ja gesagt, es ist so eine Subscription, so ein Abo. Kann ich dann als, also ich habe jetzt keine Locken, aber angenommen, ich wäre jetzt der Kunde bei euch. Könnte man machen. Vielleicht können wir mal Locken noch reinmachen, grau sind sie ja schon. Kann ich mir dann als Kunde auch meine Produkte auswählen, weil du sagst ja nach drei Monaten hat man ungefähr so raus, was einem gefällt. Kann ich das dann selber auswählen, oder? Genau, also man kann natürlich auch die Abonnement Box einfach weiterlaufen lassen, weil es sind ja jeden Monat neue Produkte dabei, die man noch nicht kennt und die halt als Ergänzung für die Haare oder es sind ja auch wellige Haare, also nicht nur Locken sind die Zielgruppe, sondern auch wellige Haare. Ja, und entweder so weiterlaufen lassen und immer wieder tolle neue Sachen kennenlernen, aber man muss auch sagen, nach, glaube ich, einem Jahr hat man dann auch noch, haben die sich dafür entschieden, noch den Online-Shop nachzuziehen. Wo ich einzelne Produkte kaufen kann, die es sonst in der Box gibt. Richtig, ja, weil irgendwann nach einem Jahr hatte man halt so unfassbar viele Produkte und halt extrem viel Nachrichten auch im Support. Hey, die und die Produkte, die sind perfekt für mich, die würde ich gern bestellen, wo kann ich denn das machen? Und das Witzige ist, wir hatten dann am Anfang noch eine Kooperation mit einer anderen Firma, ja, wo die dann, also die Produkte bestellen konnten und dann haben wir halt irgendwie so ein Provisionsmodell gehabt. Aber das war jetzt natürlich nicht so nice, weil man wollte das natürlich selber haben, man wollte ja die Kunden nicht wegschicken, sondern man wollte es halt selber anbieten. Also hat man dann einen umfangreichen Online-Shop aufgesetzt mit Design, weiß ich noch, haben wir ein richtig cooles Fotoshooting mit Models und so weiter in Wien gebucht. Da bin ich dann mit der Christina hingefahren und haben so ein richtig umfangreiches Fotoshooting gehabt. Das hat sich aber ausgezahlt, also die ganzen Bilder auf der Website sind alle noch von dem Shooting damals. Genau, und genau, das weiß ich, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben, sorry. In Wien Fotoshooting, die gibt es bis heute, die Bilder. Genau, die gibt es bis heute. Und dann haben wir diesen Online-Shop aufgebaut und das waren dann halt auf einen Schlag direkt mal hunderte von Produkten. Ja. Ja, und das ist dann auch eingeschlagen wie eine Bombe, kann man sagen. Wir haben dann den Adspend natürlich auch hochgedreht damals, also ziemlich stark hochgedreht. Und dann sind es direkt mal auf 30 Bestellungen am Tag, dann auf 50 Bestellungen, dann auf 60, auf 70. Ja. Mittlerweile sind es weit über 100 Bestellungen am Tag, ja. Aber es hat sich dann natürlich sehr, sehr schnell nach oben entwickelt, wenn man einfach herausgefunden hat, hey, die finden die Produkte, die sie wirklich mögen in dieser Box, ja. Und viele kündigen die auch nicht unbedingt, manche dann schon, aber sie kaufen sich dann die Produkte natürlich im Shop. Und was halt einzigartig ist, was wir auch mit anbieten, also was sie dann sich richtig darauf spezialisiert haben, ist eine kostenlose Lockenberatung. Uh, okay. Also das heißt, wenn jetzt jemand noch nicht so richtig weiß, welche Produkte passen zu mir, welcher Style, funktioniert das oder funktioniert das. Oder viele haben ja auch Probleme mit ihren Haaren, also haben sehr brüchige Haare oder haben einfach nicht so die Locken, die sie gerne haben würden. Die können dann einfach dort eine kostenlose Lockenberatung buchen, persönlich bei meinen Schwestern. Das ist ein Telefonat oder ein Zoom-Call? Genau, das ist so Zoom-Call und auch am Telefon. Okay, geil. Ja. Und die kriegen dann auch die Beratung, die nehmen sich dann auch kurz Zeit. Cool. Und das ist natürlich eine richtig coole Sache, einfach um die Kunden auch langfristig zu binden, ja. So ein bisschen, also dieser emotionale Part. Absolut. Das heißt, ich möchte mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Das heißt, ihr habt eigentlich diese, also deine zwei Schwestern sind quasi Zielgruppe. Sie haben beide schöne Locken. Ja, die eine Blonde, die andere Brünette, genau. Genau, ich habe mal ein Bild gesehen auf der Website. Vielleicht können wir das auch irgendwie einblenden oder so. Ja, bestimmt, ja. Und das heißt, sie hatten diesen Pain-Point. Aus einem Problem raus sind sie auf eine Lösung gekommen, die sie einfach selber gebraucht haben. Ja. Und da gab es vorher noch nicht so eine gute Lösung. Ihr verkauft wahrscheinlich deutschlandweit össere. Ah, weltweit tatsächlich sogar fast. Weltweit sogar. Ja, also wir haben schon Kunden in über, ich weiß es nicht ganz auswendig, aber in über 40 Ländern auf jeden Fall. Okay. Sogar schon auf Mauritius, nach Mauritius Produkte verschickt, in die USA zig Male. Okay. Und das Witzige ist, da sind ja die Versandkosten relativ hoch. Also in die USA haben auch schon Kundinnen Produkte bestellt und dann am Ende 30, 40 Euro Versandkosten bezahlt. Hauptsache sie hatten diese Produkte, was dann echt krass war. Also großer Pain-Point. Großer Pain-Point. Ganz großer Pain-Point, ja. Ja, also mittlerweile echt europaweit und aber auch schon international, ja. Sehr spannend. Und daraus konnte ihr ein ganzes Business bauen. So eine Story höre ich ganz oft, dass aus einem wirklichen Problem, was man oft auch selber dann hatte, dass sich daraus dann was entwickelt hat. Das höre ich oft bei erfolgreichen E-Commerce-Brands. Ja, also fand ich total crazy, weil ich hätte selber auch nicht damit gerechnet. Man sieht es nicht so richtig, aber wenn ich meine Haare trocknen lasse, habe ich auch Locken. Du hast auch Locken. Ja, habe ich tatsächlich auch Locken. Liegt irgendwie bei uns in der Familie. Und ich hatte selber das Problem schon später, also damals letzten Endes. Ja. Da habe ich gesagt, ich benutze Produkte von Lockenbox tatsächlich auch selber. Also als Mann, also wenn jetzt jemand selber Locken hat als Mann, kann er die Produkte auch nutzen. Genau. Und dann habt ihr gelauncht. Am Anfang habt ihr euch noch nicht so an Ads getroffen. Wahrscheinlich Meta-Ads, oder? Meta, genau. Mittlerweile natürlich auch Google-Ads. Also das ist die komplette Klaviatur der Ad-Palette, der, sag ich mal, Performance-Marketing, ja. Aber dann doch relativ schnell, weil Christina hat dann auch gesagt, hey, da müssen wir jetzt ran. Und die hatte sich natürlich auch schon viel damit beschäftigt. Die hatte damals einen Vegan-Food-Blog. Gab mal so ein dunkleres Zeitalter, war zumal vier Jahre Veganerin. Okay. Ja, nee, no vegan-shaming hier. Aber auf jeden Fall hat sie in der Zeit einen Food-Blog aufgebaut und sich da schon viel mit Instagram beschäftigt. Über, ich glaube, 15.000 Follower war damals ziemlich viel für einen Vegan-Food-Blog. Den gibt es auch heute noch unter ihrem Profil. Das sind richtig krasse Bilder und hat sich da auch viel mit Fotografie und so weiter beschäftigt. Ja, und wie das alles funktioniert, wie der Algorithmus tickt, welche Inhalte gut ankommen und auch viel mit Creatives. Also wie du das fotografieren musst und so weiter, dass es halt einfach gut rüberkommt. Das heißt, sie hatte die Skills schon und hat sich dann auch relativ schnell herangetraut, selber einfach Creatives zu erstellen und zu fotografieren. Sehr, sehr gut. Wir waren dann auch mit der Kamera und so weiter. Genau, und hat dann auch, dann haben sie die ersten Ads geschalten. Wann habt ihr angefangen mit den ersten Ads? Das müsste so Ende 2019, Anfang 2020 gewesen sein. Okay, so ganz knapp vor Corona. Genau, vor Corona. Ja. Und genau, dann hat es auch relativ schnell funktioniert. Also natürlich noch am Anfang waren es halt mal ein paar tausend Euro dann am Anfang. Hat dann aber relativ schnell geklappt. Vielleicht noch nicht so profitabel. Am Anfang, also man muss sagen, die ersten sechs bis acht Monate waren eher unprofitabel. Ja, das ist aber höchstwahrscheinlich noch mal Lehrgeld. Lehrgeld. Ja, das Lehrgeld muss jeder zahlen. Ja. Und dann hat man aber auch eine Agentur gebucht und so weiter. Dann hat es... Für Meta-Ads wahrscheinlich. Für Meta-Ads, genau. Dann hat es mit der Zeit besser funktioniert. Mittlerweile ist es aber tatsächlich In-House. Also jetzt haben wir so Media bei und so weiter. Diverse Coachings gebucht. Mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Und mittlerweile sind wir jetzt aber auch bei einem sechsstelligen Adsband pro Jahr. Also innerhalb von vier Jahren von ein paar hundert Euro im Monat jetzt auf, ja, sagen wir mal weit über hunderttausend im Monat. In Werbung. In Werbung. Aber auf Google und auf Meta. Ja. Ist auch, by the way, eine sehr, sehr sinnvolle Kombination. Ja. Definitiv. Dazu kommen wir nachher eh gleich. Also der Überbegriff, also der, wie sagt man denn, das Thema für die heutige Podcast-Episode ist ja vor allen Dingen auch, ihr seid ja auf Wachstumskurs, ja, Richtung 10 Millionen. Ja. Ähm, das oft, und das haben sicherlich viele Zuhörer oder Zuschauer, die mal so jenseits von der einen Million sind, auch spürbar gemerkt, dass der Neukundenpreis teurer wird. Richtig, ja. In der Skalierung. Und, ähm, wir gehen nachher drauf ein, wie man es denn schafft, dass man den auch effektiv reduziert, obwohl man mehr in Marketing investiert. Ja. Ähm, bevor wir das jetzt aber machen und welche, welche Wege es da gibt, vielleicht auch welche Kanäle man da machen kann, ähm, möchte ich mit dir mal kurz sprechen, warum das eigentlich so ist. Warum steigt in der Skalierung oftmals der Neukundenpreis? Was ist denn so dein Take? Naja, also, was wir halt auf jeden Fall beobachtet haben, je mehr man halt einfach Feuer drauf gibt, ich meine, am Anfang sind immer alle ungeduldig, man will möglichst schnell viele Kunden gewinnen. Man kann gar nicht schnell genug so den, äh, sagen wir mal, das, ja, also, die Kosten oder beziehungsweise einfach das Geld, also das, was man rein investiert, nach oben treiben, also den Ad Spend, das habe ich jetzt gerade gesucht. Und dann muss man, dann geht man auch immer mehr in kältere Audiences rein, ja, also die Audiences, die man bespielt, die werden immer kälter und die muss man ja auch immer mehr reaktivieren irgendwie oder aktivieren, da braucht man immer mehr Vertrauen dafür. Also, das heißt, der Trust-Faktor wird dann halt immer stärker und entsprechend muss man halt auch immer mehr dafür zahlen, deren Aufmerksamkeit erstmal zu gewinnen, ja, und sollte die natürlich dann nicht verlieren, ja, so. Und was wir halt auch extrem beobachtet hatten, schon eigentlich relativ stark am Anfang, wir haben ein paar hundert Euro investiert am Anfang im Monat und dann natürlich auch schnell ein paar tausend Euro, aber bei weitem nicht alle, ne, also wenn sich ja dieses Insta-Fend, also bei Instagram die Werbung öffnet und so weiter, dieses Fenster ist jetzt ja nicht unbedingt auf den Kauf direkt immer ausgelegt, also da kaufen halt bei weitem nicht alle. Die wenigsten kaufen beim ersten Klick. Ja, also viele dann natürlich auch im Retargeting, aber letzten Endes haben wir halt festgestellt, dass extremst viel gegoogelt wird. Also, dass fast alle, also eine unfassbar große Anzahl an Besuchern oder an Leuten, die wir jetzt gekauft haben über Meta, haben nachher nach der Brand gegoogelt in unterschiedlicher Auswirkung. Also, jetzt Lockenbox-Erfahrung oder wenn man es jetzt auf die Brand sieht, Brand-Testimonial, Brand-Review, Brand-Ergebnis, alles mögliche, Erfahrungswerte und so weiter, einfach um zu gucken, hey, ist das eine Fake-Brand? Weil mittlerweile gibt es ja auch extremst viele Fake-Brands und Fake-Online-Shops, wo du dann irgendwie für 200 Euro oder für 100 Euro, wie auch immer, einkaufst und am Ende siehst du, dass du nichts siehst und kriegst nichts. Ja, absolut. Ich möchte nochmal kurz drauf einsteigen. Ich habe vor, ich glaube vor ein paar Jahren war das, da gibt es ein Buch, das heißt Crossing the Chasm und das Buch richtet sich eigentlich an so Tech-Companies und da wird theoretisch erklärt, warum das so ist, warum viele Start-Ups, warum viele Companies es niemals so in den Massenmarkt schaffen. Ja. Die strugglen, dass sie nicht weiter in Marketing investieren können, weil es immer zu teuer wird, weil der Neukundenpreis steigt und die Profitabilität sinkt und deswegen können sie nicht mehr in Werbung investieren und dervor wachsen sie nicht weiter. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so? Und als ich vor ein paar Jahren diese Grafik gesehen habe, da habe ich verstanden, diese ersten Kunden, die man gewinnt und diese ersten Kunden, die reichen dann zum Beispiel für diese erste, zweite, dritte Million im Jahr im E-Com, die sind sehr risikofreudig. Die lieben was Neues. Die lieben, oh, ein neues Produkt, ich will es ausprobieren und will der Erste sein, der das, so. Jetzt das Problem bei der ganzen Sache ist, das sind 13% von einem Markt. Und danach, also noch vor der großen Kurve und die große Kurve, das ist der Early-Mass-Market und der Late-Mass-Market, das sind 68%. Krass. Das heißt, da steckt eigentlich die Kohle drin. Das Problem bei der Sache ist, die sind nicht risikofreudig, die wollen nicht die Ersten sein, die brauchen Proof. Richtig, die brauchen massives Vertrauen. Ganz genau. Die sind eben diese Late-Adopters, also die kommen halt erst zum späteren Zeitpunkt, ja. Ganz genau. Und wie man diesen Proof aufbaut, das sagen wir euch gleich. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Brands das oft vergessen oder halt oft nicht in der Awareness haben, dass wenn sie einfach nur ihren Ad-Spend hochfahren, dass sie dann immer, wie du richtig gesagt hast, immer mehr in diese kalte Zielgruppenreihung, in diesen Mass-Market. Und die sind aber skeptisch. Die glauben die Claims nicht. Die glauben nicht, ja, du hast perfekte Lockmen. Wir brauchen Proof. Und du kriegst ja vielleicht auch deinen Umsatz damit nach oben. Das hat ja bei uns dann auch funktioniert. Ja, klar. Aber jetzt hast du halt mehr für Neukunde. Richtig. Also dann hat man halt teilweise gesehen, okay, was weiß ich, wir haben da jetzt eine Box für 30, 40 Euro und aber wir haben auch 35 Euro oder teilweise 28, 29 Euro ausgegeben, um den Kunden zu gewinnen. Ja. Was halt, naja, natürlich nicht profitabel ist. Dachten wir, okay, wie kriegen wir das hin? Ja. Und tatsächlich, weil ich natürlich aus dem Bereich auch komme, ist man organische Reichweite, organische Sichtbarkeit ist halt extrem wichtig, wird natürlich massiv auch unterschätzt, weil ich meine, als junge E-Commerce-Brand, selbst als Etablierte, hat natürlich Meta oder Ad-Spend immer Priorität, was auch so sein sollte. Super sexy Thema für alle. Absolut. Ja. Aber man kann Performance halt auch in die organische, also in die organische Sichtbarkeit reinbringen. Da gibt es auch Performance, ja. Vor allem, wenn man halt dafür sorgt, dass diejenigen, die man jetzt in dieser kalten Audience sowieso schon reinholt und für teuer Geld einkauft, dass man dafür sorgt, dass es dann keinen negativen Touchpoint gibt an anderer Stelle. Weil ich sage es einfach mal so, Meta und Google gehören halt zusammen, ja. Das verstehen so viele nicht. Ich meine, die haben eine perfekte Synergie miteinander, ja. Die meisten gehen dann her und googeln tatsächlich einfach, ja. Nach den Erfahrungen, nach den Testimonials und so weiter, die brauchen den Proof. Ja. Und die wollen da nicht nur irgendwas von der Marke sehen, die wollen da vielleicht auch mal irgendwie so ein, sag ich mal, so ein sexy Artikel lesen, ja. Zum Beispiel Lockenbox ist mittlerweile auch im InStyle, in der Vogue, in der Woman und so weiter, in zig Fachmagazinen drin, ja. Mit Link, also aber auch mit positiven Erfahrungswerten und so weiter und auf etlichen Guest-Blogs, also auf richtig namhaften Blogs, wo Redakteure sich die Produkte zuschicken lassen haben, die haben die getestet. Und waren halt voll überzeugt von den Produkten und haben dann aus, sag ich mal, freiwilliger Sicht einfach einen Erfahrungswert geschrieben. Und wenn man jetzt nach den Brands googelt, nach den, was weiß ich, Lockenbox-Erfahrungen oder so, dann sieht man das. Yes. Und das stiftet natürlich unfassbar großes Vertrauen. Und so ist es uns dann gelungen, letzten Endes den Cost-Per-Recession, ja, ab dieser Skalierungsstufe, wo wir jetzt sind, eben nach unten zu treiben und eben trotzdem profitabel zu skalieren, ja. Also wir sind jetzt aktuell bei, ich glaube, so fünfeinhalb Millionen, also wir, das Ziel nächstes Jahr sind dann natürlich eher acht Millionen aufwärts, dieses Jahr ist nicht mehr so lang, aber jetzt ist natürlich Q4, das ist jetzt die stärkste Phase. Klar. Ja, Black Friday und so weiter, kommt leider Cyber Monday. Alle sind ja gerade heiß auf diese Phase. Ja. Da geht jetzt natürlich mehr, haben jetzt auch gerade so ein Adventskalender-Special und so weiter, da kommt natürlich ordentlich was rein. Ja. Ja, aber wie gesagt, trotzdem profitabel, weil wir eben eigentlich die sichtbarste Marke sind, wenn es um Locken geht, ja. Also wenn du Locken googlest, dann wirst du Lockenbox auf Platz 1 finden. Ich möchte dazu mal ganz kurz eine Story erzählen. Wir werden da jetzt gleich reingehen und zwar, ich habe, das war vor ein paar Wochen, habe ich mit einem E-Com-Founder ein Gespräch geführt und ganz locker, er hat mich gefragt, so, ja, Daniel, was können wir denn machen, wir können die Meta-Ads nicht weiter skalieren, jedes Mal singt der Roas, genau das, was wir gerade besprochen haben. Ja. Und ich sitze so in dem Zoom-Call und bevor ich überhaupt nur auf den Online-Shop gehe, gehe ich auf Google. Und ich habe eingegeben, Brand, Name, Leerzeichen, Erfahrungen. Macht mal den Test, gebt mal euren Markennamen bei Google ein und guckt bei den Vorschlägen, was die Leute suchen. Ich garantiere euch, dass die Leute nach Bewertungen suchen, Erfahrungen und so weiter. Die brauchen Proof. So, und was sehe ich da? Jetzt kommt's. Ich habe auf Platz 1 oder 2 ein Suchergebnis, ein Trustpilot mit roten Sternen, 1,7, rote Sterne. Ich klicke so drauf und ich gucke mir das an und ich lese, ja, Produkt kam viel zu spät oder Qualität war schlecht und sowas. Scam. Scam. Es hat eine Minute gedauert und ich habe zu dem Gründer gesagt, das ist der Grund, warum deine Meta-Ads nicht performen. Was ganz, ganz viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass, wenn ihr Marketing betreibt, wir Marketer, wir machen ja ganz viele Versprechen, ja. Was ist die schönsten Locken oder hier, das und hier und pipapo. Das Problem ist aber. Promises ohne Ende, ja. Promises, ja klar, Marketing. Auf der anderen Seite sind die Leute natürlich vorsichtig und skeptisch. Das heißt, sie brauchen Proof und was du richtig gesagt hast, ist, wenn man dann abseits vom Online-Shop zum Beispiel im Trustpilot negative Sachen sieht, dann killt das den Proof und das spürst du in deinem Meta-Ad-Account. Richtig, aber nicht nur dort. Ich meine, wenn du jetzt nach so einem Keyword suchst bei Google, ja, also der kommt rein, ja, und ist erstmal skeptisch, ja, weil es einfach viel zu viele Scammer mittlerweile gibt. Ja, der Markt wurde ja auch von Shopify-Stores geflutet die letzten Jahre. Ja, das war ja ein brutaler Hype, ja, und da sind einige erfolgreich hervorgegangen, aber genauso viele halt auch nicht. Aber es war halt sehr oft auf Kosten der Neukunden, also der Kunden, die dann halt gescamt wurden und es war natürlich auch ein bisschen marktschädigend, weil halt viele einfach diese Skepsis entwickelt haben. Umso mehr ist dann das Vertrauen und dann ist halt auch das Suchergebnis sehr, sehr wichtig, wie das dargestellt wird. Ja, also wenn du jetzt nach Lock'n'Box-Erfahrungen googelst oder Lock'n'Box-Reviews und so weiter, wird das halt alles sehr, sehr gut aussehen. Du hast ja bei Google, das können wir vielleicht auch mal einblenden, wenn du oben drauf bist, das Suchergebnis und dann sind das auch noch solche Rich-Snippets, also solche Erweiterungen, ja. Und viele gehen dann her und haben aber schon mehrfach siebenstelliges E-Com-Business und dann steht da irgendwie so eins, zwei, drei, vier teilweise drin, teilweise steht gar nichts drin, teilweise steht Lorem Epsum drin. Ja, alles schon gesehen. Ja und jetzt stell dir vor, jetzt hast du den Kunden oder eigentlich den Kunden teuer eingekauft. Du hast die Aufmerksamkeit teuer über Meta generiert. Jetzt googelt er und jetzt kreierst du dieses negative Erlebnis und verspielst dir das Vertrauen und hast den Kunden verloren. Ja. Und das ist halt kacke und das passiert halt relativ oft, deswegen muss man halt unbedingt darauf achten, dass dieses Suchergebnis auch entsprechend aussieht, dass das wirklich top optimiert aussieht für alle Brand-Keywords, die man hat, aber auch für alle anderen Keywords natürlich, ja. Weil das ist immer, diesen Touchpoint kannst du nicht verhindern. Ja. Vor allem in der Skalierung, wenn du sechsstellig bist, aber auch schon davor, die Leute googeln, ja. Und wenn du, also wir konnten damit den zusätzlichen Neukundenpreis, also den Neukundenpreis letzten Endes massiv reduzieren und einfach jetzt trotzdem freudig positiv skalieren mit einem ROAS, der sich sehen lassen kann. Ich meine, man hat im E-Commerce nie einen Sechser oder Siebner ROAS. Manchmal im Fashion-Bereich, aber eher die Auslage. Also ja, zumindest bei uns jetzt nicht. Wäre schön, aber trotzdem ist es halt profitabel und das liegt halt da dran. Wir haben halt weit über 100.000 organische Besucher auf der Seite jeden Monat und ranken für über 22.000 Keywords. Das macht was aus. Das macht was aus, aber wie gesagt, nicht nur die Rankings sind da entscheidend, sondern halt auch, wie dieses Suchergebnis aussieht und da sollte man die Leute dann nicht verlieren. Und wenn man sie da nicht verliert, dann kaufen die auch. Dann gehen die halt direkt über den Shop, dann klicken die da. Ja, das ist ja auch alles trackbar, alles messbar. Genau. Deswegen auch Performance, also deswegen auch, also man kann es ja auch wirklich sagen, Performance-Seo nennt sich das dann letzten Endes. wenn man dafür sorgt, dass am Ende über diese Reichweite auch ein Umsatz entsteht und dass man keinen negativen Touchpoint hat und den Kunden dann auch nicht verliert. Absolut. Und man muss auch noch dazu sagen, jeder, der von sich aus nach einem Produkt sucht oder nach etwas sucht, der hat ein extrem starkes Bedürfnis, das auch zu kaufen. Das heißt, du kannst es dir dann eigentlich nur noch selber verkacken, auf Deutsch gesagt. Ja. Indem du dann für negative Erlebnisse sorgst. Ich möchte mal auf das Thema, ich möchte mal kurz zwei teilen und zwar das erste ist, was man findet über die Marke, wenn man jetzt über die Brand Search geht. Wir haben bei uns, auch bei uns im Mentoring, ein ziemlich smartes System entwickelt, dass man den maximalen Trust aufbaut, abseits vom Online-Shop. Ich möchte mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hau rein. Ich weiß einfach, es ist auch bei mir, also auch wenn jetzt jemand Ecomhaus eingibt, dann suchen die auch Ecomhaus-Erfahrungen oder Daniel Bittmann-Erfahrungen. Die werden wahrscheinlich auch Michael Kern-Erfahrungen suchen. Und mein Mindset ist so, dass diese erste Seite, die man darüber sieht, die muss einfach ballern. Ja. Brauche ich den maximalen Proof. Das heißt, ich brauche zum Beispiel Trustpilot mit ganz vielen positiven Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja. Ich brauche meine Google-Ad auf meinen eigenen Brandnamen, dass ich ganz, ganz oben stehe. E-Standard. Ich brauche eine Landingpage, die am besten Fall im Titel hat Ecomhaus-Erfahrungen mit ganz vielen Testimonials, Videos, Bewertungen für den Trust. Und jetzt der, jetzt der, noch ein ganz, ganz geiler Tipp, bevor ich jetzt auf PR eingehe, noch ein geiler Tipp. YouTube arbeitet ja, ist ja von Google. Richtig. Das heißt, YouTube-Videos ranken extrem geil auf der ersten Seite. Kommt, glaube ich, auf Platz drei oder vier kommen drei YouTube-Videos. Und was wir bei erfolgreichen Brands gemacht haben, als wir die groß gemacht haben, ist, wir haben Influencer rausgesucht, die dann die Einwände der Zielgruppe adressieren in einem unabhängigen Unboxing-Video. Das ist smart. Das ist sehr, sehr smart. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass wenn jemand sucht Doonails-Erfahrungen, dann kommen drei, dann kommen zuerst die ganz normalen Ergebnisse, dann kommen drei YouTube-Videos. Habe Doonails ausprobiert. Hält es wirklich, was es verspricht? Fragezeichen. Oder bei Apfelband. Teste die Apple-Watch-Armbänder von Apfelband. Sind sie wirklich so gut? Oder reißen sie, oder nicht? Genau, und wir haben quasi direkt im Titel, oder meine Erfahrung mit Apfelband, wir haben quasi im Titel schon adressiert, das, was sie wissen wollen, stimmt es, was die in ihren Ads sagen. Darum geht es ja im Endeffekt. Und das ist ein sehr, sehr smarter Weg, um die Überzeugungskraft aufzubauen. Und jetzt kleiner Fun-Fact. Es ist dabei total irrelevant, wie groß dieser YouTube-Kanal ist. Wir haben ein, pass auf, wir haben ein Beispiel, das war bei Apfelband, das ist so ein, keine Ahnung, das war glaube ich ein neuer Account, da waren irgendwie 17 Follower, der hat ein Review-Video gemacht. Dieses Review hat über 100.000 Views. Krass. Wie kann ein 17-Abonnenten-YouTube so viele Views haben? Ohne Ads. Ohne Ads, ganz einfach, weil die Leute es suchen. Ja. Und, genau, wir können auch über PR sprechen und sowas, aber das ist, das ist mal hier ein kleiner Tipp an der Stelle, der spürbar den ROAS auf Meta erhöht. Ja, definitiv. Ja, also die Suchergebnisse, ich meine, es gibt ja verschiedene, YouTube, hast du gesagt, zählt da mit rein, aber auch PR-Artikel von relevanten Fachmagazinen zählen da auf jeden Fall mit rein. Also da müssen die Leute auch sowas finden. Ja, also jetzt nicht, also Trustpilot, klar, YouTube auf jeden Fall. Ja, das kannst du beeinflussen, aber auch einfach externe Gastartikel, also externe Blogs, ja, die über das Produkt, über die Experience berichten. Yes. Das macht extrem viel her, ja. Und wenn du die ganze erste Seite nur mit positiven Erfahrungsberichten voll hast, aus verschiedenen Quellen, von Video, also Videos, dann klassische Bewertungen, dann aber auch externe Redakteure, die darüber berichten und dann auch noch größere Magazine darüber berichten, dann kannst du diesen ROAS, also dann geht der halt einfach nach oben. Ja. Ja, das ist so. Also das haben wir auch so gemessen, ja, und jetzt haben wir also eher noch mehr als 30 Prozent Ersparnis, ja, bei jedem zusätzlichen Kunden, der reinkommt. Und das Schöne ist, der kauft ja wieder, das sind ja alles Verbrauchsprodukte und wenn er wieder kauft, dann ist es noch profitabler, letzten Endes. So ist es. Ja, das sind dann eher 50, 60 Prozent, ja, und letzten Endes, wenn jemand einmal zufrieden mit so einem Produkt ist, überall so, bei Verbrauchsprodukten, jeder Art, ja, der wechselt nicht mehr die Brands so schnell. Der hat sich eine sehr, sehr gute, also kann sich sehr gut damit identifizieren mit dieser Marke und bestellt einfach die ganze Zeit wieder. Absolut. Aber das ist genau krass, was du gerade gesagt hast, das wird extrem unterschätzt, ja. Deswegen, unser gemeinsamer Call to Action an der jetzigen Stelle, wenn du immer noch zuschaust und zuhörst, ich verstehe komplett, dass Performance-Marketing das sexy Thema ist. Ich sehe es ja auch an den Podcast-Downloads, wenn da Meta-Ads drinstehen, das hat dann viele Downloads. Ich sage euch aber eins, das ist ein Schuss in den Ofen ab einem gewissen Level und ihr müsst euch auch um solche Themen, worüber wir jetzt gerade sprechen und jetzt auch gleich noch mehr sprechen werden, und zwar über Performance-CEO. Richtig. Bin ich auch ganz gespannt. Müsst ihr euch auch kümmern, wenn ihr dann jenseits von dieser ein, zwei Millionen im Jahr auf Richtung 10, 20, 30 wollt, wenn anders schafft das nicht. Ja. Also, wie gesagt, wir haben jetzt nicht von Anfang an auf SEO gesetzt, auf gar keinen Fall. So ab drei Millionen Euro Umsatz im Jahr, ja, wo wir da waren, haben wir halt trotzdem drauf gesetzt. Wir hätten vielleicht rückblickend noch etwas früher drauf gesetzt, ja, aber ab dem Umsatzlevel ist es halt extrem relevant, um dieses Vertrauen viel schneller zu generieren und um nachher dafür zu sorgen, dass du halt wirklich profitabel skalieren kannst und einfach dein ROAS steigt, ja, und dein, sage ich mal, dein Cost-Per-Acquisition dann nachher sinkt. Also, das ist, was wir eigentlich nachher wollen. Und wenn man das ignoriert, dann wird es einfach nicht passieren. Ja. Wollen wir mal ein bisschen über Performance-CEO sprechen? Ja, sehr gerne. Wahrscheinlich der eine oder andere kennt SEO, also Suchmaschinenoptimierung, aber was zum Geier ist Performance-CEO? Das ist so ein Modewort, kann ich mal sagen. Das gibt es auch seit ein paar Jahren. Schreiben mittlerweile fast alle auf ihre Fahne drauf, ja. Performance-CEO bedeutet letzten Endes, dass man halt einfach in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse generiert. Also, normalerweise, deswegen ist SEO ja für viele auch nicht so sexy, ich verstehe es. Performance-Marketing bringt schneller Ergebnisse und alle sagen so am Anfang, naja, das ist der Fokus Nummer eins, soll es ja auch sein, ja. Aber Performance-CEO sagt halt eben aus, dass du auch innerhalb von drei bis vier Monaten eben deine organischen Suchergebnisse massiv nach vorne bringen kannst, ja. Zum Beispiel, viele ranken nicht mal für ihre eigenen Brand-Keywords ganz vorne. Ja, die sind zum Beispiel dann Brand-Erfahrungen auf Platz sechs oder auf Platz sieben, was halt wirklich eine sehr, sehr große Abbruchsprungrate nach sich zieht. Ja, voll. Und vor allem, weißt du, jetzt googelst du danach und denkst dir, hä, das ist die Brand und die sind da irgendwie auf Platz sechs oder sieben und findest sie kaum. Das ist halt nicht trustworthy, das ist nicht vertrauenserweckend. So, das heißt, normalerweise braucht SEO ja sechs bis zwölf Monate, so wird es ja überall immer so vermarktet und im Performance-CEO kriegst du es halt auch schon nach drei bis vier Monaten hin. Die Kategorie-Seiten, die Produkt-Seiten, generell die ganze Brand-Awareness massiv zu steigern und hat zum Beispiel auch nach einem halben Jahr die Klicks, also die Anzahl der Klicks auf die Produkt-Seiten, auf die Kategorie-Seiten zu verdreifachen, teilweise zu vervierfachen. Ja, das ist uns auch gelungen und das hat schon auch einen spürbaren Effekt auf den Umsatz danach gehabt. Stichwort spürbare Effekt, du hast gesagt, Lockenbox hat ungefähr 100.000 organische Klicks, Besucher pro Monat. Genau, also so Besucher pro Monat, letzten Endes, wir konnten dann natürlich, wir haben zum Beispiel auch gewisse Split-Tests gemacht, also es gibt so ein Ding, das kennen viele, manche aber vielleicht auch nicht, das nennt sich Metadaten, Metatitel, Metabeschreibung. Also das, was man letzten Endes auch sieht im Suchergebnis, ist aber ganz oft nicht gepflegt. Und allein, wo wir einfach getestet haben, hey, welche Titel, welche Beschreibung kommen am besten an, da konnten wir auch nochmal unsere Click-Through-Rate massiv nach oben bringen, was dann wieder einen positiven Effekt auf den Umsatz hatte. Um das mal in Relation zu setzen, so der typische Click-Preis auf Meta, der ist irgendwo bei 1 Euro bis 1,50 Euro auf Conversion-Kampagnen. Auf Google ist der oftmals höher, gestern hatten wir uns so ein bisschen Keywords angeguckt, da gibt es teilweise Keywords für 29 Euro den Click. E-Commerce-Beratung und so weiter, ja, 29 Euro. Beispiel, und wenn man jetzt halt einfach sagen kann, okay, man hat 100.000 Besucher, also 100.000 Klicks fast for free bekommen, ja, man muss natürlich Arbeit und Zeit und sowas reinstecken. Die Zeit musst du reinstecken, klar. Logisch, aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist das Äquivalent wie für 100.000 bis 150.000 Euro in Werbung. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das heißt, allein der Fakt, dass wenn ihr neben eurem ganzen Performance-Marketing, Performance-CEO aufbaut, reduziert das in der Konsequenz im Durchschnitt den Neukundenpreis. Und das ist halt ein großer Schlüssel, wenn ihr krass weiter wachsen wollt. Richtig, und was eben auch viele deklarieren oder proklamieren, was ich aber nicht empfehlen würde, ist, viele sagen dann halt, haja, wenn du jetzt hier extrem krass im CEO aufgestellt bist und deine Klicks nach oben schießt und deine Sichtbarkeit nach oben schießt, dann kannst du deinen Ad-Spin nach unten schrauben. Das ist Schwachsinn aus meiner Sicht, das würde ich niemals machen. Wir schrauben ihn ja auch eher nochmal nach oben, nach oben. Ja, man will ja wachsen. Ja, richtig, man will ja wachsen. Aber was eben dazu führt, also das, was du gerade eben schon gesagt hast, der Rohr steigt, der Neukundenpreis sinkt und die Profitabilität geht insgesamt nach oben. Das heißt, ab einem gewissen Umsatzlevel macht es einfach keinen Sinn, keinen Performance-CEO zu machen. Würdest du sagen, ab welchem Level macht es Sinn? Es kommt so ein bisschen auf den Case an, würde ich sagen, aber grundsätzlich so ab zwischen drei bis fünf Millionen Umsatz pro Jahr. Sollte man zumindest mal einen Blick riskieren, sollte man zumindest mal eine Session buchen oder sich mal irgendwie da beraten lassen oder mal gucken, wo man gerade überhaupt steht und was die Hebel sind. Du machst, glaube ich, für free diese for free Audits oder? Genau, genau. Also es dauert in der Regel 15 Minuten. Man guckt sich einfach mal kurz an, hey, wo steht man aktuell, für was rankt man, was könnten Hebel sein, was könnten Maßnahmen sein. Man macht eine kleine Potenzialanalyse und gibt dann einfach ein ehrliches Feedback. Das machen wir auch for free natürlich. Cool. Ja, ob das Sinn macht oder ob es noch keinen Sinn macht. Und da sind wir natürlich ehrlich, weil das bringt nachher gar nichts, sag ich mal, da zu arbeiten. Ich muss an der Stelle kurz eine Sache betonen, weil wir waren auf dem Oktoberfest zwei Wochen her. Ja, sowas. Irgendwie sowas und da haben wir uns locker anderthalb bis zwei Stunden noch unterhalten. Und nebenher gut Bier getrunken, war auch sehr gut. Ich hatte, glaube ich, zwei Masse und die habe ich richtig hart gespürt. Ich bin fast kein Alkohol, ich bin da voll gerade im Training drin. Anyway, auf jeden Fall, wir haben uns da unterhalten und da durfte ich auch dich als Person kennenlernen. Und der eine oder andere, der vielleicht schon mal bei einem Marketingdienstleister war, bei einer Agentur oder so, meiner Meinung nach hat die ganze Marketingszene ein enorm fettes Problem. Es gibt zu viele schwarze Schafe, die einem overpromisen und underdeliveren. Und es gibt wenige, die real sind, die ein ehrliches Interesse haben, anderen wirklich zu helfen. Und das muss ich an der Stelle wirklich betonen. Und ich hatte das Bauchgefühl und es hat mich wirklich noch nie enttäuscht, dass, wo wir da gesprochen haben, auf dem Oktoberfest. Wir haben auch gestern irgendwie drei Stunden Zoom-Call gemacht und über alles Mögliche gesprochen. Und dann haben wir auch gemerkt, dass du einer der leider wenigen in der Marketingszene bist, die wirklich helfen wollen und ehrliches Interesse daran haben. Na, vielen Dank an der Stelle. Deswegen, ja, muss ich nur mal betonen, weil du glaubst nicht, wie oft ich höre, ich würde von dem gescammt, ich würde von dem gescammt und sowas. Und das ist ein Problem. Klar, ich meine, jeder kennt es. Ich habe ja auch schon zahlreiche Dienstleister gebucht. Mal wurde ich enttäuscht, mal nicht. Und es gibt ja Gott sei Dank nicht nur schwarze Schafe, also es gibt auch in unserer Branche, auch im SEO noch ein, zwei, die auch, sage ich mal, einen guten Shop machen. Ja, aber die Mehrheit, also muss man leider sagen, promised halt, ja, wir können nach vier, fünf Monaten das und das Ergebnis produzieren und wir können den Umsatz, was weiß ich, wie nach oben bringen. Und das ist halt einfach nicht die Realität. Ja, SEO hat eine ganz andere strategische Bedeutung in dem Marketing-Mix. Ja, man schafft eine ganz andere Brand-Awareness. Man kriegt, wenn man, sage ich mal, dieses Vertrauen am Anfang auch hat und den Dienstleister auch machen lässt und nicht einfach immer alles besser weiß und sagt, so und so und so und so und so, dann kriegt man diese Ergebnisse hin. Ehrlich gesagt, ganz am Anfang, also ganz am Anfang von Lockenbox war das so, da hatte ich selber keine Kapazität, weil wir komplett oben hinzu waren mit Arbeit. Und habe für die ersten sechs bis neun Monate das an einen Partner, ja, cheers out, er weiß, wer er ist, gegeben und der hat es auch gut gemacht und dann haben wir es weiter selber fortgeführt. Das ist jetzt, glaube ich, so knapp zwei Jahre her und seither haben wir jetzt auch mit Abstand die größte Sichtbarkeit da aufgebaut. Aber, sagen wir es mal so, man erkennt es, ich glaube, die meisten erkennt es einfach auch an der Realness. Ob jemand halt wirklich, sagen wir mal, schwätzt, wie er unter Schnabel gewachsen ist, würde man im Schwäbischen sagen, ja, oder aber die ganze Zeit meint, einen überzeugen zu müssen, weil so funktioniert es halt nicht. Deswegen diese 15 Minuten, wer da Bock drauf hat, können wir gerne machen, dann schauen wir uns den Case an, geben ein ehrliches Feedback und ich glaube, das ist auch spannend, weil die meisten kennen ja diese Insights gar nicht. Ja, aber diesen ganzen Toolstack und so weiter, in der Regel hat man den ja selber nicht. Keyword-Tools und Analyse und Zeug, aber ja, man kriegt halt einen sehr, sehr guten Review darüber. Hast du ja gestern selber auch gemerkt. Ja, wir haben es gestern mal auch bei uns gemacht und es war super interessant und super spannend. Lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen. Also Performance-CEO, was sind denn so die konkreten Maßnahmen, die man so als E-Com-Founder dann macht? Gibt es ja sicherlich so Sachen wie On-Page-Optimierung und Abseitsform. Und Off-Page und Technik und Pipapo. Was sind denn da so die wichtigsten Stellschrauben? Also SEO grundsätzlich besteht ja immer aus drei, vier Säulen. Man hat den On-Page-Bereich, man hat den Off-Page-Bereich, man hat die Technik, die man ja auch nicht vergessen darf und so weiter. Und natürlich den Content. Content ist immer noch King. Aber letzten Endes ist es ja so, dass gerade im SEO es am Anfang um Momentum geht. Also Momentum bedeutet Geschwindigkeit natürlich. Das heißt, man muss halt in den ersten drei, vier Monaten extremst viel umsetzen. Und bei den allermeisten Online-Shops, die jetzt vielleicht auch noch gerade ein bisschen kleiner sind, kann ich einen folgenden Tipp mitgeben. Haltet eure Produkt- und Kategorie-Seiten sauber. Okay. Was heißt das? Was heißt das? So, also kleines Beispiel. Es gibt einige Brands, die ich einfach schon gesehen habe, die legen dann einfach zwei Produkt-Seiten an oder zwei Kategorie-Seiten, die fast identisch heißen. Und dann skaliert es mit der Zeit und irgendwann haben sie hunderte oder tausende von Produkten drin und hunderte von Seiten, die ähnlich heißen. Und das verursacht sogenannten Duplicate-Content oder Seiten, die sich gegenseitig kannabilisieren, weil sie eigentlich das gleiche Keyword in der URL drin haben, also in dem sogenannten Pfad. Den kann man ja auch im CMS, also letzten Endes in Shopify auch einstellen. Und dann kannabilisiert sich das und man wundert, also das rankt dann auch gar nicht, weil Google gar nicht weiß, welche von beiden Seiten möchte ich dann jetzt vorne in den Suchergebnissen haben. Aber das kann man ja steuern. Also sauber halten heißt einfach, eine Kategorie, also sich tatsächlich, auch wenn die meisten keinen Bock drauf haben, verstehe ich, hatten am Anfang auch keinen Bock drauf, einfach zu sagen, hey, man füllt diese ganzen SEO-Felder aus. Also die Metadaten, den Pfad und macht das alles sauber, ja, eine saubere Produktseite, eine saubere Kategorie. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann wird man automatisch auch die weiteren hunderte von tausende von Seiten, die dann ja hinzugefügt werden im Laufe der Zeit, auch sauber sein. Und das ist schon mal die halbe Miete. Das ist wirklich schon mal die halbe Miete. Das bedeutet nämlich, dass man schon mal automatisch zehnfach sichtbarer sein wird als die Konkurrenz, die einfach sich überhaupt nicht drum kühlen, weil sie sagen, ja, Performance-Marketing all the way. Meta all the way, push it hard, scheiße auf SEO, also jetzt ist da noch so ein Feld, ich habe jetzt keine Lust, das gerade auszufüllen. Das ist ein Fehler. Einfach alles sauber ausfüllen, weil nachher wird man es in der Sichtbarkeit dankend dann wahrnehmen. Und das ist eigentlich ein ganz super simpler Trick, oder? Den kann faktisch jeder machen mit, also das ist ja ein No-Brainer. Das ist ein absoluter No-Brainer, kann jeder komplett umsetzen. Ich meine, nachher geht es natürlich auch noch tief rein in die Technik, dass man natürlich auf seinen Produktseiten auch entsprechend gute Texte hat. Ja, also die Texte, die man auch unten dazu hat, Kategorietexte, Produkttexte. Das, was man immer sagt, liest sich keiner durch. Aber man kann halt eine gute, also interne Linkstruktur, Architektur aufbauen. Es geht jetzt, ich weiß nicht, das interessiert wahrscheinlich jetzt schon fast keiner wieder. Aber was man damit bekommt, ist einfach, man bekommt ein besseres Listing. Relevanz. Man bekommt eine höhere Relevanz. Ja. Eine kleine Prozentzahl, die wird wahrscheinlich sehr gering sein, liest sich das Zeug sogar vielleicht noch durch. Der Crawler von Google auf jeden Fall. Der Crawler, richtig, das spricht Spaß an. Wichtig. Weil für Google ist es halt relevant. Ja, genau. Google kann ja nicht nur so ein Bild oder irgendeine Seite irgendwie bewerten. Google bewertet eine Seite immer an der Qualität des Contents, an der Tiefe der Inhalte, wie das geschrieben ist. Und bitte nicht einfach nur irgendwelche Chat-GPT-Inhalte dort veröffentlichen, weil das wäre nicht so klug an der Stelle. Aber es wäre auch nicht klug, Chat-GPT nicht also außen vor zu lassen, wenn man sehr gut prompten kann und schon mal zum Beispiel verschiedene Checklisten hat oder Fragebögen, die man jetzt schon mal so ausfüllen kann. Und damit füttert man die KI. Dann kann man auch schon als Laie schon mal relativ schnell einige Blogartikel oder Kategorie-Texte erstellen, bevor man das dann nachher mehr in die Tiefe geht. Kurze Frage dazu. Ist es eigentlich, ist es ein Mythos, dass Google abstraft, wenn es über KI generiert wurde, so einen Blogartikel-Text? Naja, also Google will ja natürlich was dagegen machen. Das heißt, die tun ja ihren Algorithmus auch immer weiterentwickeln, sodass es natürlich schon auch erkannt werden kann. Aber da gibt es natürlich gewisse Tricks. Wenn man einfach nur mit irgendwelchen schlechten Prompts und ohne sich eine gute Logik überlegt zu haben, jetzt irgendwelche Texte erstellt, dann sind die ja meistens irgendwo her und halt wiederverwertet. Und sowas erkennt Google schon und straft diesen Content ab, vor allem wenn man rein spammt. Also wenn man jetzt irgendwie 10, 20 Contents im Monat veröffentlicht, die gar keine Relevanz haben, die keinen Nutzen haben, wo man gar nicht geachtet hat, hey, was ist überhaupt die Headline? Also kommt mein Keyword überhaupt in der Headline vor? Gehe ich auf die Fragen ein, die relevant sind? In der Regel bei so einem Produkt hat ja ein Nutzer immer relevante Fragen. Und es gibt eine Regel, man schreibt immer für den Kunden, also für den Nutzer und nicht für Google. Ja, also braucht man letzten Endes Content, den den Kunden oder den Nutzer auch irgendwo trotzdem interessiert. Zum Beispiel, indem man relevante Fragen zu diesem Produkt beantwortet, die ganzen B-Fragen abdeckt. Ja. So, und das kann man natürlich sehr, sehr gut machen, dann auch mit ChatGPT. Aber da muss man natürlich trotzdem davor die Logik haben und nicht einfach so auf Knopf einfach so schnell Schuss machen. Ja. Weil wenn man das halt macht. Erstell mir einen Blogartikel. Ja, erstell mir einen Blogartikel über, was weiß ich, das Keyword Conditioner oder Lockenshampoo oder sowas. Ja. Ja, also das sollte man halt nicht machen. Verstehe. Ja, aber man kann natürlich dafür sorgen, dass der ganze Content-Aufstellungsprozess, naja, um 50, 60 Prozent sinkt. Ja. Das war ja vor vier, fünf Jahren noch ein ganz anderer Pain. Undenkbar. Ja. Richtig. Okay, das sind dann quasi so, ich nenne es jetzt einfach mal frech, die low-hanging fruits, die man auf dem Onlineshop macht. Gibt es da noch mehr, was man machen sollte auf dem Onlineshop? Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall haben alle, vor allem die wichtigen Produktkategorie-Seiten mit entsprechenden Metadaten und Metatiteln ausstatten, die halt auch nicht einfach so mit der KI einfach produziert sind, sondern wo man sich schon ein bisschen Gedanken macht, hey, was sind die Pains von meiner Zielgruppe, was haben die für Einwände potenziell, was triggert die einfach klickstarke Metatitel und Metabeschreibungen, ja. Weil die Metabeschreibung ist zwar nicht relevant für mein Ranking nachher und irgendwo doch relevant, weil wenn die nicht richtig knallt, dann klickt keiner drauf, ja. Also das ist auf jeden Fall extrem wichtig und dann gibt es noch so ein Ding, das ist dann wieder ein bisschen so technisch, sogenannte strukturierte Daten, ja. Auch sehr, sehr interessant, um zum Beispiel Bewertungen nochmal hervorzuheben, um den Trust zu erhöhen und so weiter und so fort. Da gibt es aber zig verschiedene Variationen, wie man einfach nochmal seine eigene Produkte hervorheben kann. Und ansonsten natürlich das Thema Backlinks ist ein ganz wichtiges Thema. Also jeder hat ja irgendwelche Kontakte in der Regel, ja. Also die meisten haben irgendwie Kontakte zu anderen vielleicht Lieferanten oder zu irgendwelchen Journalisten vielleicht im Netzwerk. Und da sollte man vielleicht einfach mal so aufs Netzwerk zugehen und sagen, hey, könnte ich vielleicht auf deiner Seite einen Gastartikel, also könnte ich dir mal eine Produktprobe zuschicken und könntest du vielleicht mal einfach ein Review schreiben aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung über dieses Produkt, das auf deinem Blog dann online stellen und uns dann halt dort verlinken, ja. Das machen ja auch viele, gibt es so Produktsamples, das haben wir auch gemacht, Lockenboxen, zig, also wirklich zig verschickt, zigfach und auch noch Produkte. Und da gab es so eine Journalistin und die hat dann sich hier schön die Haare eingeseift damit und war danach ganz begeistert und hat sogar angerufen, gesagt, hey, so schöne Haare hatte ich sie noch nie und dann eine komplette Review geschrieben und die rankt jetzt auch echt in guter Position. Und viele, die bestellen, die schreiben, also sie beziehen sich auch darauf, dass sie diesen Artikel gelesen haben. Und das war letzten Endes aber im Netzwerk drin tatsächlich, wussten wir nur noch nicht. Das heißt, jetzt muss ich da mal kurz nachhaken, das heißt, wenn man, also Backlinks zum einen für Google auch wieder, dass man quasi dem Algorithmus zeigt, okay, es gibt andere Webseiten, die auf meinen Online-Shop verlinken, dadurch hat es eine gewisse Relevanz, man wird besser gerankt. Genau, man hat eine deutlich höhere Relevanz. Genau. Das gibt Vertrauen, dass Google sagt halt einfach, hey, wenn so viele Fans, also nennen wir es einfach mal Fans, diese ganzen Fans, die vertrauen mir und die bleiben bei mir, die sind Stammgäste, ja. Und je mehr Stammgäste ich habe, desto besser ist es halt. Ich glaube, Bayern München, ich glaube, hat die meisten Mitglieder der Welt. Ja, gut. Aber so ist es dann halt hier bei Google auch. Je mehr relevante, also wirklich hochqualitative Links wir auf unsere Seite bringen, desto mehr steigt die Relevanz. Und dann kann man halt auch für hochkompetitive Keywords auf Platz 1 ranken, wie wir zum Beispiel für Locken oder Lockenshampoo oder sowas, was halt extremst krass umkämpft ist. Ja, klar. Ja, und das geht dann natürlich ohne solche Verlinkungen nicht. Da kann der Content so gut sein, wie er will. Die Technik kann so gut optimiert sein, wie es er will. Das geht ohne Links nicht. Und quasi auf der anderen Seite hat man den großen Vorteil, wenn ich dann als Interessent google und ich lande jetzt auf einem Lockenblog oder irgendein bekanntes Magazin, wo dann über die Lockenbox gesprochen wird, dann beeinflusst es ja auch wieder aktiv meine Kaufentscheidung, baut Vertrauen auf. Ja, absolut, klar. Ja, und das ist dann auch wieder ein Touchpoint, wo mich dann zum Kauf bewegt. Richtig, es hat also praktisch diesen doppelten Effekt. Es hat halt praktisch einen PR-Effekt, also einen Branding-Effekt. Und es hat auch noch diesen positiven Effekt durch diesen Link, dass einfach Google sagt, okay, diese Seite hat eine höhere Autorität als die Konkurrentseite letzten Endes. Und deswegen sorge ich jetzt dafür, dass die Keywords einfach höher ranken letzten Endes. Weil irgendwann kannst du den Content auch nicht mehr noch mehr optimieren. Irgendwann steht er halt einfach und ist top optimiert. Genauso auch die ganzen technischen Parameter im Hintergrund, auch so Themen wie Ladegeschwindigkeit. Ich meine, klar, Ladegeschwindigkeit sollte immer top sein, aber ich glaube, das wissen auch die meisten so. Und letzten Endes durch diesen Branding-Effekt sorge ich halt auch noch für deutlich mehr Awareness in meiner Zielgruppe. Das heißt, wieder bei diesem Thema, dass wir diesen Neukundenpreis senken können, das kriegen wir ab diesem Zeitpunkt nur noch durch Vertrauen hin, weil die Audiences werden halt immer kälter und kälter, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Und wie überzeuge ich die jetzt final bei mir zu kaufen und auch bei mir zu bleiben und vielleicht nicht zu einer Konkurrenzfirma plötzlich abzuwandern, weil die schalten ja auch Ads. Ja, die schalten ja auch Ads. Das heißt, das kriege ich nur noch mit Vertrauen hin. Und genau da kommt dann eben Google und diese ganzen Mechaniken ins Spiel. Ganz genau. Und das Spannende ist ja, das ist für jedes Business genau das Gleiche. Also wir haben jetzt sehr viel über Ecom gesprochen, über Lockenbox. Ja. Alle, die jetzt gerade zuhören und zuschauen, das ist organischer Content. Ich mache jetzt in diesem Moment genau das Gleiche. Ich reduziere meinen eigenen Neukundenpreis. Richtig. Ich glaube, wir bekommen die Hälfte unserer Anfragen über organischen Content, über Podcasts, über YouTube, über LinkedIn. Und das ist der Grund. Wenn ihr skalieren wollt, dürft ihr das nicht vergessen. Richtig. Kleiner Funfact. Ich meine, das ist jetzt B2B, aber vielleicht für manche doch interessant, weil wir haben jetzt in unserem Industriebetrieb eine extrem konservative Zielgruppe. Die sind stockkonservativ. Ja. Die sind jetzt nicht so viel auf Meta unterwegs, aber natürlich abends, ich meine, auf der Couch ist ja jeder mal auch so ein 60-jähriger Geschäftsführer, der CNC-Maschinen verkauft. Ja. Und wir kriegen tatsächlich 90 Prozent unserer Gesamt-Neukundenanfragen über Google. Mhm. Ja. Über ganz kleine Keywords wie Spindelreparatur, Spindelservice und so, die gegoogelt werden, dann kommen die zu uns. Das wird in Summe nur 100 Mal im Monat gesucht. Oder, ja, wenn nicht alle mit rein sind, vielleicht 300 Mal im Monat. Aber wir generieren damit jeden Monat fast sechsstellige Neukundenvoluminas. Ja. Ja. Und das kann man sich ja mal vorstellen, im E-Commerce hat man zwar geringere Produktvalues als jetzt im B2B, aber eine ganz andere Masse. Größere Audiences. Eine viel größere Audiences. Und man muss es halt groß denken, ja, Performance-CEO bedeutet halt, ja, im Umkehrschluss ja auch, dass ich nicht ein Jahr auf meine Ergebnisse warten muss, sondern dass wir das im Prozess haben. Den könnte ich dann auch mal im 1&1 und so weiter dann im Detail zeigen. Aber das sorgt halt dafür, dass du nach drei, vier Monaten schon ganz, ganz messbar siehst, wie deine Sichtbarkeit nach oben geht. Ja. Und ganz viele, also das haben wir dann auch gemerkt, spätestens nach einem Jahr merkst du das halt ganz massiv dann auch bei diesem Neukundenpreis. Ja. Aber du merkst es auch einfach an diesem Feedback. Du hast einfach, du siehst halt einfach, dass viele einfach auch mal so kaufen. Ja. Und du denkst dir so, okay, die ganzen Käufe, wo kommen die jetzt eigentlich gerade her? Ja. Ja. Und plötzlich musst du dann halt noch andere Trackings aufbauen. Ich so, okay, die kommen tatsächlich über Google. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach in uns Menschen drin. Ich glaube, der Mensch, der sucht immer die schnelle Lösung und den schnellen Return, die schnelle Befriedigung, wenn man so will. Und die wenigsten Leute, die haben, denken langfristig und warten, bis die Ergebnisse kommen. Aber Funfact, im Unternehmertum, aber auch zum Beispiel im Sport, wenn man jetzt, machen wir mal die Analogie zum Fitnessstudio, wenn man jetzt mit dem Mindset reingeht, okay, ich gehe jetzt heute einmal ins Fitnessstudio, ich komme dann raus mit dem Sixpack, das funktioniert leider so nicht. Aber wenn ich jetzt dreimal die Woche trainiere, über ein Jahr hinweg und mich dazu auch noch gesund ernähre, dann ist es fast schon garantiert, dass man ein Sixpack bekommt. Oder einen größeren Bizeps oder was auch immer. Oder einen größeren Bizeps. Manche übertreiben es auch mit dem Bizeps. Aber, ähm, kleiner Joke hier an der Seite. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, die meisten, die denken nicht langfristig genug, aber das ist tatsächlich dann der Schlüssel mit jedem erfolgreichen Menschen, mit dem ich spreche. Und jedem erfolgreichen Gründer, der mir hier gegenüber sitzt, hat verstanden den Zinseszinseffekt und das, das gute Dinge will Weile haben. Das achte Weltwunder, ja, sagt man so, ne? Ganz genau. Und, genau so ist es halt auch bei SEO und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, ähm, so die Sexiness vom Thema, beispielsweise Performance-Marketing, für die meisten Leute sexier ist als SEO, weil sie halt sofort diese, 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 dieses Ergebnis haben und sofort einen Return. Ab Monat 1 im Prinzip siehst du halt direkt was. Ab Tag 1. Ab Tag 1 sogar. Du merkst es innerhalb von den wenigen Stunden sogar und bei SEO hast du das halt eben nicht und, ähm, SEO ist aber halt wegen, ist halt genau ein Punkt, äh, den man langfristig denken muss, Analogie mit einem Sixpack, ja, muss, hast du jetzt auch nicht von heute auf morgen, also mal ein Jahr oder zwei trainieren. Ja, viele, also viele machen ja auch Sport nebenher oder haben vielleicht mal was ambitionierter gemacht, vielleicht, keine Ahnung, ich war, ich hab früher mal ambitionierter Tischtennis gespielt, gell, auf der Schwäbschke Alp. Ja, super, super, war auch gar nicht so schlecht, ja, und es hat aber auch Jahre gebraucht, Training hier und dort, ja, um einfach auf dieses Level zu kommen und dann hast du halt, ne, das ist ja auch im SEO so, du hast nach drei bis fünf Monaten schon mal echt gute Erfolge, ja, aber um wirklich auf so ein Level zu kommen, äh, ich meine, wo wir jetzt heute sind mit der Lockenbox, hat jetzt auch zwei, zweieinhalb Jahre oder sowas gedauert, da waren wir auch nicht sofort, aber wenn man sich jetzt die Sichtbarkeit anguckt, das kann ja jeder selber mal unabhängig prüfen, äh, das lässt dann, also das ist dann schon ganz nice. Da kann die Konkurrenz auch nicht mehr so viel machen, gell, da hat der entscheidende Vorteil. Nee, also die können es gern probieren, sind alle herzlich eingeladen, das zu probieren, aber da ist nicht mehr viel zu machen, nee. Ja, sehr, sehr geil, super spannendes Thema. Willst du noch irgendwas zu dem, zu dem Thema Performance SEO, ähm, loswerden, wir sind langsam am Ende, ähm, gibt's noch, gibt's noch einen absoluten Must-Have-Tipp, den man beachten sollte, oder hast du einen, einen Tipp für, unerfahrenere? Ähm, ja, also, wie gesagt, im Netzwerk Ausschau halten, nach Link-Möglichkeiten, ja, also einfach mal gucken, hat man irgendwelche Lieferanten, hat man irgendwelche Freunde, Redakteure, irgendjemand im Netzwerk, wo man einfach mal einen Gastartikel, den kostenlosen platzieren kann, ja, weil das pusht einfach schon mal gut nach oben, dann, wie gesagt, die ganzen Produktkategorie-Seiten und so weiter, sauber halten, das sauber aufsetzen, alle Felder ausfüllen, die es da so gibt, ja, dass man einen sauberen Pfad hat, kein Duplicate-Content, dass sich nichts gegenseitig cannibalisiert, also, dass man nicht dieselbe URL, fast teilweise dreifach hat, mit den gleichen Keywords und so weiter und so fort, das ist ganz arg wichtig, dass man halt einfach sein Shopify-System sauber hält, ja, und dass man zum Beispiel, es gibt auch so ein Plugin, ähm, das kann ich aber, ich weiß, das kann man vielleicht unten in die Show-Notes, genau, das können wir hier noch einblenden, das kann sich auch jeder mal holen, das vergibt zum Beispiel automatisch immer diese Alt-Attribute für die Bilder, dann werden halt auch die ganzen Bilder deutlich schneller und deutlich besser gefunden, ja, was halt auch im Gesamtkonstrukt so eine technische Maßnahme ist, um seine Sichtbarkeit einfach nochmal schneller zu steigern und ansonsten sollte man halt seine wichtigsten Produkte in Kategorien nicht ohne Texte lassen, ja, einfach wirklich saubere Kategorie- und Produkttexte hinzufügen, ja, es gibt da so ein Tool für diejenigen, ähm, das nennt sich, äh, Server-SEO, äh, sagt dann sogar an, wie lange, ähm, so ein Text sein soll, zum Beispiel 400 bis 600 Wörter oder sowas, gibt sogar noch die Keywords vor, die da rein müssen, ja, und dann könnte man das sogar am Anfang mal selber machen und wenn man dann ambitioniertere Ziele hat, kann man sich natürlich auch gern bei uns melden dann, ja. Und für jeden, der jetzt auch nur die Hälfte verstanden hat, ja, die können, die können dann unten auf den Link in den Show-Notes, äh, klicken, der, der liebe Michael nimmt sich da gerne mal 15 Minuten Zeit, ganz ehrlich und, wenn man auch unsicher ist, ob SEO überhaupt Sinn macht, kann ja auch sein, dass es eine große Frage ist, macht das vielleicht für meinen Shop überhaupt Sinn mit meinem Produkt? Wir haben kürzlich mit einem gesprochen, der schon bei 5,5 Millionen Umsatz war, wo ich aber gesagt habe, nee, macht noch keinen Sinn, warte noch, bis du deine 8, 9 Millionen hast und mach's dann, ja. Also, das hatte dann wieder andere Gründe, deswegen, wir können das wirklich sehr, sehr schnell und auch transparent einfach sagen, ja, also, geht mir kein Risiko ein, verpasst mir ja was, wenn man es halt macht. Genau, und nutzt auch gerne unten die Kommentare, wenn ihr jetzt gerade auf YouTube zuschaut, stellt da gerne Fragen, gebt uns auch mal Feedback, wie spannend das Thema für euch ist und ich hoffe, wir haben den ein oder anderen ein bisschen ins Gewissen geredet und die Augen geöffnet. Ich selber, ich komme ja komplett aus dem Performance-Marketing, ich liebe ja Performance und Meta, ja, das ist mein absoluter Lieblings-Channel, aber auch ich habe damals vor 5 Jahren die Power von organischem Marketing verstanden, aus diesem Grund mache ich seit 5 Jahren 2 Episoden im Podcast jede Woche und Instagram-Stories und 3 Posts auf LinkedIn und YouTube-Videos, um meinen Neukundenpreis zu reduzieren und vor allen Dingen, um Trust aufzubauen. Das ist das Geheimnis, das Ecom-Secrets. Das ist jetzt ein richtig geiles Schlusswort, das will ich gar nicht mehr fraschen. Michael, ich bedanke mich herzlich, dass du dir die weite Reise von Stugi nach München auf dich genommen hast und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal Poker spielen und hoffentlich auch schon davor. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass wir einfach mal locker quatschen konnten und hoffentlich konnten auch ein paar Leute ein bisschen was mitnehmen oder haben zumindest mal die strategische Bedeutung von Performance-CEO in dem Marketing-Mix verstanden und sind vielleicht ein bisschen offener jetzt dafür. Sehr, sehr geil. Also, dann haut rein und bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Servus.